Hallöchen und Willkommen zurück. Jetzt gucken wir, dass wir hier den Altar noch finden. Nee, das alles brauche ich ja nicht. Oh Mann. So, Dankeschön fürs WB. Oh. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass mir so ein Käfer über den Arm krabbelt. Voll unangenehm. Ich war zu viel im Wald. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So, da ist der fliegende Baum, ist noch, oh Gott, fliegende Bäume. Da ist das Zeichen für Frühling drauf. Huch! What the f... Was? Oh Gott, nein! Nein! Fliegende Bäume! Ich... Was? Äh... Ja... Achso, ich muss das ja noch anschreien. Ui, ui, ui. Wohin fliegt der Baum mit uns? Okay... Aber auf dem Boden muss ich nicht, oder? Hm. Ne, das war ja wohl auch nicht ganz richtig. Ich... Okay... Oh Gott, ey! Der Käfer! Ne, das ist irgendwie nicht richtig. Oh Gott! Nein! Ich... Oh Gott! Ich... 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 Ja. Hey. Was muss ich mit dem Käfer machen? Mit dem Baumkäfer. Ich habe mich sehr gut geschätzt, aber ich habe mir nur gewaltt. Ich habe mich sehr gut geschätzt, dass ich meine Wälder mit diesem Baumkrieg habe. Ich habe mich sehr gut geschätzt, aber ich habe mich sehr gut geschätzt, dass ich die Wälder habe. Ich habe mich sehr gut geschätzt, dass ich sie für einen Falle von einem Baumkrieg habe. Hm. 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 Ähm. Hier dahinten geht's... Hä? ich muss zu dem Baum und muss hier vermutlich das Ding einpflanzen. Aber wie soll ich das denn hier hochkriegen? Hm. Was genau passiert da bitte? Hä? Boah, ganz ehrlich, das Spiel ist mir mittlerweile definitiv zu hoch. Das macht mich langsam richtig sauer, dass ich jetzt schon seit zwei Folgen irgendwie mal so Stück für Stück weiterkomme und dann einfach nur noch hänge und gar nicht mehr weiterkomme. Was genau soll ich hier machen? Um, wie war es? Ja, was heißt eine Aufgabe bekommen? Ja, irgendwas mit einem letzten Altar. Punkt. Fuck. Ich bin jetzt auf meine Seite. Kommt der ja nicht mal ansatzweise hoch. Mhm. Aber warum kommt der Baum dann nicht? Hallo. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Da war ich einfach ein bisschen doof. Ich habe das Luftloch nicht als solches erkannt. Nein, 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 nein. Äh. Äh. Das geht nicht als solches erlaubt. 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 Fuck. Ja, es wird schon ein bisschen kompliziert mit den ganzen Jahreszeiten und allem drum und dran. Nein. Nein. Das tut so weh. Nein. 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 Gut. Das ist so. Gut. 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 gesagt, da ist gerade nichts, aber ich bin ja auch vergesslich wie noch was. So, wir sind oben. Äh... Was? Hä? Müssen wir da durch? Okay. Hä? Winter, bitte. So. Oh, warte, okay. Hüpf. Haha! Tschau. Das gucken wir uns natürlich an, ne? Hey, hörst du mir zu? Wenn du weiterhin so viel schläfst, wirst du dich eines Tages in deinen Träumen verlieren und niemals wieder erwachen. Echt jetzt? Was machst du denn für ein Gesicht? Stimmt etwas nicht? Es ist nur, ich habe einen Geist im Heiligtum gesehen. Na und? Hast du jetzt Angst vor Geistern? Nein, das nicht, aber wenn einer von ihnen eine Knospe wird, muss ich ihm dann meinen Platz überlassen? Muss ich dann unter den Stein zurückkehren? Haha, ich glaube, du stellst dir zu viele Fragen. Hey, mach dich nicht über mich lustig. Erklär es mir lieber. Entschuldigung, aber ich habe es dir schon mehrmals erklärt. Schon vergessen? Es kann immer nur eine Knospe existieren. Und ist eine Knospe auserwählt, lässt sich das Ganze nicht rückgängig machen. Bist du dir da auch wirklich ganz sicher? Wenn ich's dir doch sage. Hm, ja, das sagst du ja nur, um mich zu beruhigen. Nerve ich dich vielleicht mit all meinen Fragen? Haha, überhaupt nicht. Dafür bin ich doch da. Wenn du dir selbst nicht vertraust, wie kannst du da anderen vertrauen? Versprichst du mir, es zu versuchen? Einverstanden. Ich verspreche's. Da hört die sich noch so freundlich an. Errungenschaft freigeschaltet. Traumende Lüfte. Okay. Oh. Oh. Ja, komm, wieder Baum. Oh Gott. Nicht schon wieder. Und vor allem, wo ist das? Gott Estáb. Ja. Ah! Hauptsache, der Baum fliegt halt komplett weg. Huch! Nein! Oh Mann! Bis ich wieder auf dem Baum bin, ist der Baum weggeflogen. Oh Gott, wenn dann die Leertaste nicht funktioniert, leck mich doch am Arsch, ey. Hier sind wir gerade runtergesprungen, ne? Ja gut, ich gucke jetzt nochmal hier durch. Ne, ich glaube hier hinten gibt es dann nichts mehr, ne? Oder? Ja, allerdings, Fanto. Ah-ha! Warum sind wir denn jetzt wieder hier? Wegen dem Ding, oder was? Oh! Und das bringt mir jetzt genau was? Hey! Huch da. So. Äh, der Pilz bringt mir auch nix. Ach so, okay. Dann weiß ich jetzt, wonach ich suchen muss. So. 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 Alex. So. 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 Toedeloo.